Moin, wir sind das NK1 Team und das sind unsere Betreuer und wir haben sie folgende Fragen gefragt. Welche Position hast du im Zeltlager? Was ist deine Schuhgröße? Welches Tier wärst du gerne einmal? Welcher Gegenstand darf auf dem Lagerplatz nicht fehlen? Und was ist eigentlich dein Lieblingsobst? Was ist deine Schuhgröße? Was ist deine Schuhgröße? Was ist deine Schuhgröße? You're gonna lose me now You're gonna lose me now I've got the sadness to see How are you gonna cure me? I've got the sadness to see How are you gonna cure me? We were so alive And now it's Sunday You're gonna lose me now You're gonna lose me now I've got the sadness to see How are you gonna cure me? I've got the sadness to see How are you gonna cure me? Me, me, me How are you gonna cure me? How are you gonna cure me? Vielen Dank.